Ich melde mich hier live aus der Gefühlswelt, einer Gewinnerin des Deutschen Filmpreises 2022. Also, es kann auch ein Gewinner sein, aber so sieht es in denen aus. Wahnsinn, und da kommt gleich noch Adrenalin, Dopamin und Alkohol drauf. Das sollten Sie sich unbedingt ansehen, heute um 22.45 Uhr im Ersten.